die ecke ist jetzt auch fertig so segerring und abdeckung ist weg mitnehmer kai gott sei dank noch half dich drin glück gehabt aufgebockt ist er jetzt wahrscheinlich zu dick ja mal kurz drüber schmiergeln also ich habe jetzt in so einen dünneren gemacht jetzt muss ich nur mal schauen ja sieht schon besser aus ist jetzt komplett drin kommt hier auch eine dünnere und packt der siegerring richtig so da dürfte jetzt nichts mehr passieren zufällig noch so ein ding in der schublade gefunden vielleicht brauche gar keins drauf oder nur ein joghurtdeckel keine ahnung so das wäre erledigt okay